Wir Donau Unternehmensstrategie 2030 Die Donau. Sie ist Lebensader, Infrastrukturweg und Freizeitparadies zugleich. Der Fluss durchströmt Mensch und Natur mit neuer Kraft. In ihm baden wir gerne, genießen das Ufer und beobachten die Tier- und Pflanzenwelt. Wenn es darum geht, Waren nachhaltig und kosteneffizient von A nach B zu transportieren und im Hochwasserfall unsere Heimat gut geschützt zu wissen, gibt es in Österreich dafür ein Unternehmen. Wir Donau. Als Österreichs Wasserstraßenbetreiber kümmern wir uns mit Stolz, Engagement und einer gehörigen Portion Verantwortungsbewusstsein um den Flussraum Donau. Zukunftsfit für die vielfältigen Herausforderungen der nächsten Jahre machen wir uns mit unserer Unternehmensstrategie 2030. Die Wir Donau Unternehmensstrategie 2030 besteht aus unseren drei wichtigsten Handlungsfeldern Umwelt, Mobilität und Sicherheit. Wir setzen uns für eine schonende Instandhaltung der Wasserstrasse ein und sorgen für Artenvielfalt und wertvolle Lebensräume. Wir Donau wird die Mobilität am Verkehrsweg Donau noch wettbewerbsfähiger gestalten, um so auch künftig der Schifffahrt optimale Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Hochwasserschutz ist uns ein Herzensanliegen und wir sorgen für sicheren und effizienten Schifferkehr auf der Donau. Diesen drei Handlungsfeldern zugrunde liegt unsere Corporate Governance. Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr und sind ein moderner, sicherer und verlässlicher Arbeitgeber. Außerdem sind wir ein Unternehmen, das ständig an der eigenen Verbesserung arbeitet. So wollen wir bis 2030 gleich viel Energie erzeugen wie verbrauchen. Der internationalste Fluss der Welt als Lebensraum für Fauna und Flora. Eine Wasserstrasse im Herzen Europas. Die Donau in besten Händen. Ihre Ziele bestimmen unseren Kurs. Wir Donau. Untertitelung des Kurs werden. Untertitelung des Kurs Untertitelung des Kurs